Gehörte Albus Dumbledore nach Slytherin? Wie sich das auf die Zaubererwelt auswirkte und ob das wirklich stimmt, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir viele Gründe erörtern, warum Albus Percival, Wulfric Brian Dumbledore, der berühmte Schulleiter von Hogwarts und ehemalige Gryffindor-Schüler, vielleicht eher für das Haus Slytherin geeignet gewesen wäre. Kurz nachdem Harry Potter seinen Zulassungsbescheid erhalten hatte und wir zum ersten Mal die Hogwarts-Schule Verhexerei und Zauberei besuchten, erfuhren wir auch etwas über die vier Gründungsmitglieder der magischen Institutionen und wie sie beschlossen hatten, dass die Schülerschaft immer in vier Häuser aufgeteilt sein würde, die die Eigenschaften repräsentieren, die von jedem dieser Gründungsmitglieder am meisten geschätzt wurden. Wie die meisten von euch, die dies sehen, bereits wissen, waren die vier Gründungsmitglieder der Hogwarts-Schule Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw und natürlich Salazar Slytherin, wobei die entsprechenden Häuser nach ihren jeweiligen Nachnamen benannt werden. Während spätere Folgen der Saga schließlich auch Schüler aus den Häusern Hufflepuff und Ravenclaw in den Mittelpunkt rücken, lag der Fokus zu Beginn von Harry Potters Abenteuern in Hogwarts ganz klar auf Gryffindor und Slytherin. Es gab eine offensichtliche Streitigkeit zwischen diesen beiden Häusern, wobei alle Hauptfiguren, die Guten, die Gryffindors, und die Bösen, naja, die Slytherins waren. Von Harry Potter selbst bis zur mitfühlenden und freundlichen Familie Weasley, die ihm half, den Bahnsteig 975 zu finden und dem weltberühmten Schulleiter Albus Dumbledore. Alle, die in den ersten Jahren von Harrys Zeit in Hogwarts als gut und heldenhaft dargestellt wurden, waren aktuelle oder ehemalige Gryffindor-Schüler. Im Gegensatz dazu waren alle Schurken, die wir in diesen Jahren kennengelernt haben, Slytherins, darunter der Tyrann Draco Malfoy, der düstere Professor Snape und natürlich der böseste Zauberer aller Zeiten, Lord Voldemort. Wer könnte vergessen, was Hagrid zu Harry sagte, bevor er sein erstes Jahr in Hogwarts antrat. Es gibt keine einzige Hexe oder keinen einzigen Zauberer, der böse wurde, der nicht in Slytherin war. Du weißt schon, wer war einer davon. Mit dem Fortschreiten der Saga und der Erweiterung der magischen Welt wurden jedoch Anpassungen vorgenommen, um diese anfängliche Schwarz-Weiß-Welt zu durchbrechen, in der die besten Hexen und Zauberer Gryffindors waren und die schlimmsten die Slytherins. Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Buches enthüllte eine Website beispielsweise, dass der große und mächtige Zauberer Merlin einst ein Slytherins-Schüler war und beschrieb die vielen großen Errungenschaften, die er im Laufe seines Lebens erzielt hatte, um die gesamte Zaubererwelt zu schützen, ungeachtet seiner Blutreinheit oder Abstammung. Es scheint also, dass Professor Albus Dumbledore, der zunächst als Mentor und Held für Harry dargestellt wurde, höchstwahrscheinlich einfach deshalb ein Gryffindor war, weil es mit dem damaligen begrenzten Sichtweisenfeld des Universums auf Gut und Böse übereinstimmte. Schließlich war Harry Potter und der Stein der Weisen ein Roman, der für eine eher junge Leserschaft geschrieben wurde, was die allgemeine Geschichte, die Sprache und das Alter der Hauptfigur Harry Potter betrifft. Mit dem Fortschreiten der Romane entwickelten sich die Handlungsstränge weiter und damit auch die Sichtweise und unser Verständnis für viele der Hexen und Zauberer, die in der Reihe vorkommen. Wie bereits erwähnt, waren einige von Dumbledores hervorstechendsten Eigenschaften tatsächlich unglaublich Slytherinistisch, wenn man das so sagen kann. Von den Hauptmerkmalen, die mit diesem Haus verbunden sind, Ehrgeiz, Einfallsreichtum und Gerissenheit, besaß Albus Dumbledore in seiner Jugend, wenn nicht in späteren Jahren, reichlich und er war nun mal als Jugendlicher in Hogwarts. Das bedeutet, dass er als er in Hogwarts in sein Haus sortiert wurde, einen immensen Ehrgeiz an den Tag legte. Nach Dumbledores Tod in Harrys sechstem Jahr in Hogwarts lernen wir eine Seite des Schulleiters kennen, die bis dahin ziemlich geheim gehalten wurde, zumindest für Harry. Er war einst furchtbar ehrgeizig. In seiner Jugend, nachdem Albus Hogwarts abgeschlossen hatte, plante er die Welt zu bereisen, da er sich selbst für einen unglaublich brillanten und begabten jungen Zauberer hielt. Was zeigt, dass er auch ziemlich arrogant war. Ein weiterer Charakterzug, der oft mit Slytherin in Verbindung gebracht wird. Bevor er zu seinen Weltreisen aufbrach, verlor Albus tragischerweise seine Mutter und musste sich um seine kranke, jüngere Schwester Ariana kümmern. Unter einem Gespräch voller Bedauern teilte Dumbledore Harry mit, dass er es ihm sehr übel nahm, seine Verantwortung als Arianas Vormund zu haben, weil er das Gefühl hatte, seine Talente mit einer solchen Aufgabe zu verschwenden. Das war auch die Zeit, in der er Gellert Grindelwald traf, der seinen Hunger nach Größe und Macht noch mehr entfachte. Die beiden gingen eine enge Beziehung ein, die die Idee beinhaltete, die sagenumwobenen Heiligtümer des Todes zu vereinen und sie zu nutzen, um die Zaubererwelt zu übernehmen und die Muggelwelt zu unterjochen. Ja, der weithin gefeierte und berühmt-berüchtigte Albus Dumbledore wollte einst die Menschen zur Unterwerfung zwingen. Dies zeigt natürlich auch, dass Dumbledores Offenheit gegenüber Vorurteilen in seiner Jugend, wie bereits besprochen, ein weiterer Wert ist, der häufig mit Slytherin in Verbindung gebracht wird. Glücklicherweise hat sich Dumbledore schließlich für diese Art des Denkens entfernt. Er versteckt nicht länger hasserfüllte und schädliche Ideologien hinter obskuren Begriffen wie das allgemeine Wohl. Albus ging sogar so weit, dass er sich selbst vorsichtig aus Position mit großer Macht zurückzog, um seine Neigung zum Ehrgeiz zu zügeln. Zum Beispiel lehnte er 1932 die Möglichkeit ab, der oberste Zauberer zu werden, der Anführer der Internationalen Konföderation der Zauberer. Er lehnte auch mehrmals die Möglichkeit ab, Zaubereiminister zu werden. Als er Harry 1998 im Limbus wieder trifft, erklärt er, dass er das Amt wiederholt aus einem Hauptgrund abgelehnt hat. Er traute sich selbst nicht so viel Macht zu. Mir wurde der Posten des Zaubereiministers mehrmals angeboten, nicht nur einmal. Natürlich habe ich abgelehnt. Ich hatte gelernt, dass man mir die Macht nicht anvertrauen sollte. Aber du wärst besser gewesen, viel besser als Fudge oder Skimger, platzte Harry heraus. Wäre ich das, fragte Dumbledore heftig. Da bin ich mir nicht so sicher. Schon als sehr junger Mann habe ich bewiesen, dass Macht meine Schwäche und meine Versuchung ist. Es ist schon seltsam, Harry, aber vielleicht sind diejenigen am besten für die Macht geeignet, die sie nie gesucht haben. Diejenigen wie du, die eine Führungsrolle aufgedrängt bekommen und den Mantel annehmen, weil sie müssen. Und zu ihrer eigenen Überraschung feststellen, dass sie ihn gut tragen. In Hogwarts fühlte ich mich sicherer. Und genau aus diesem Grund blieb Dumbledore so lange Schulleiter von Hogwarts, wie er es tat. Er wollte einfach keinen Zugang zu noch mehr Macht haben. Dies legte nahe, dass Dumbledore, obwohl er seine Ambitionen immer besser zu unterdrücken verstand, weiterhin Angst davor hatte, was er tun könnte, wenn er die Gelegenheit zur Macht hätte. Dumbledore war auch sehr einfallsreich. Obwohl er sich auf sein Amt als Schulleiter von Hogwarts beschränkte, gelang es Albus Dumbledore dennoch zu nutzen, zu wem und zu was er Zugang hatte, um die vielen Pläne zu verwirklichen, die er im Laufe der Jahre in die Tat umsetzte. Er war ein akribischer Planer, was am Ende der Harry Potter Reihe deutlich wurde, als sich herausstellte, dass seine sechsjährige Mentorschaft von Harry durch Dumbledores Wunsch motiviert war, den Jungen, der überlebt hat, dazu zu bringen, sich selbst zu opfern und Voldemort zu besiegen. Albus nutzte auch seinen eigenen bevorstehenden Tod. Er berührte den Ring von Marvolo Gaunt und verfluchte sich selber so. Und so konnte Professor Snape ihn leichter töten, wodurch er Draco Malfoy davor bewahrte, Mord gegen seinen Willen begehen zu müssen. Und so stärkte er gleichzeitig auch Snapes Position beim Dunklen Lord als loyaler Todesser. Im sechsten Schuljahr von Harry benutzte Dumbledore ihn auch als Köder, um Horace Slughorn zu überzeugen, als Professor für Zaubertränke nach Hogwarts zurückzukehren, damit er Harry schließlich dazu benutzen konnte, Slughorn dazu zu bringen, das zu erzählen, was er Tom Riddle über Horcrux erzählt hatte. Und so nutzte Dumbledore immer wieder die Menschen und Dinge, die ihm zur Verfügung standen, um seine Ziele zu erreichen. Alt, berechnend und einfallsreich. Was uns zu der Tatsache bringt, dass Dumbledore auch ein unglaublich gerissener Zauberer war. Manche mögen zwar behaupten, dass Professor Dumbledore aufgrund seiner Klugheit eher mit anderen Ravenclaws in Verbindung gebracht wird, aber die Art und Weise, wie er seine Genialität einsetzt, war eine Meisterklasse der Gerissenheit. In der gesamten Saga gibt es viele Beispiele dafür, wie Dumbledore diese Fähigkeit einsetzt, aber eine der bemerkenswertesten ist, wie er seine Mitmenschen perfekt manipuliert. Natürlich sehen wir das in erster Linie bei Harry. Seine ultimative Manipulation war, ihm zu einem, wie sagt Professor Snape, ein Schwein zum Schlachten aufzuziehen. Aber wir sehen das auch bei anderen. Zum Beispiel manipulierte Dumbledore Newt Scamander dazu, während des Aufstands von Gellert Grindelwald ein unwahrscheinlicher Held zu sein. Und in einem viel kleineren Rahmen sehen wir auch Dumbledores kalkulierte Manipulationen während Harrys Jahr, als er Gilderoy Lockhart als neuen Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste einstellte, weil er wusste, dass Lockhart ein Betrüger war und glaubte, dass diese Position ihn als solchen in der Zaubererwelt entlarven würde. Von selber. Natürlich hätte er ihn auch einfach verhaften lassen können, aber das hätte Dumbledores Affinität für Cleverness und ausgeklügelte Planung vermissen lassen. Es versteht sich von selbst, dass fast jede Figur in der Harry-Potter-Reihe in jedes beliebige Haus einsortiert werden könnte, aber es scheint einige besonders starke Beweise zu geben, die darauf hindeuten, dass Dumbledore vielleicht besser nach Slytherin als nach Gryffindor gepasst hätte. Ob es nun einfach eine Entscheidung war, die zu Beginn der Saga getroffen wurde und nicht mehr geändert werden konnte, oder ob die Figur des Dumbledore den sprechenden Hut bitten würde, ihn in Gryffindor statt in Slytherin unterzubringen, wie es Harry tat, bleibt abzuwarten. Ich weiß nur, dass Elvis Dumbledore eine großartige, ausgewogene Ergänzung zu dem ansonsten recht eng definierten Haus von Slytherin wäre. Aber ich kann eine solche Aussage nicht machen, ohne ein bisschen nachzuforschen. Was wäre, wenn Dumbledore in Slytherin gewesen wäre? Nun, ich möchte damit beginnen, dass Dumbledore, der nach Slytherin statt nach Gryffindor einsortiert wurde, als Katalysator für eine unvorstellbare Anzahl von Veränderungen in der Geschichte der Zaubererwelt hätte wirken können. Der Begriff Schmetterlingseffekt passt perfekt dazu. Er stammt von der Idee, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings an einem Ort eine Kette von Ereignissen auslösen kann, die schließlich zu etwas Großem wie der Bildung eines Tornados an einem anderen Ort führen können. Er symbolisiert die Vorstellung, dass scheinbar unbedeutende Handlungen weitreichende und verstärkte Konsequenzen haben können. Der Schmetterlingseffekt wird verwendet, um zu veranschaulichen, dass selbst kleine Veränderungen zu Ergebnissen führen können, die unzusammenhängend oder unverhältnismäßig erscheinen können. Man könnte spekulieren, dass selbst eine so bedeutende Veränderung wie die Zuordnung von Dumbledore zum Haus Slytherin theoretisch zu einer völlig anderen Zaubererwelt hätten führen können. Doch ich glaube, dass Dumbledore im Kern unabhängig von seiner Hauszugehörigkeit im Wesentlichen derselbe geblieben wäre. Auch wenn er in Gryffindor untergebracht wurde, zeigt Dumbledore viele Charakterzüge, die stereotypisch für Slytherin sind. Er zog oft die Fäden im Hintergrund, um die Ereignisse nach seinen eigenen Vorstellungen zu lenken. Doch er tat dies nicht aus persönlicher Befriedigung heraus, sondern um das große Ganze zu schützen und zu leiten. Dumbledore war in der Lage, sein Verlangen nach Macht zu erkennen und es zu kontrollieren. Sein Umgang mit Grindelwald in seiner Jugend zeigt, dass er schon verlockt wurde, aber dennoch in der Lage war, zu widerstehen und nicht den Pfad der Dunkelheit zu wählen. Er glaubte nicht daran, dass die Vergangenheit die Zukunft zwangsläuflich vorbestimmt und er war offen für die Tatsache, dass die Grenzen zwischen Gut und Böse fließend sind. Einige seiner Zitate unterstreichen diese Botschaft, wie zum Beispiel, es kommt nicht darauf an, wie jemand geboren wird, sondern was aus ihm wird. Dies erinnert daran, dass der wahre Wert einer Person nicht von ihrer Herkunft bestimmt wird, sondern von ihrem Wachstum und ihrer Entwicklung. Ebenso betonte er, dass Unterschiede zwischen Gewohnheiten und Sprache bedeutungslos sind, wenn unsere Ziele und Herzen offen sind, was darauf hinweist, dass Menschen trotz ihrer Unterschiede durch gemeinsame Menschlichkeit verbunden sind. Die Grundwerte von Dumbledore wie Liebe, Mitgefühl und das Streben nach dem Guten waren unabhängig von seiner Hauszugehörigkeit tief in ihm verwurzelt. Seine Entscheidungen und Handlungen waren weniger durch seine Hauszugehörigkeit als vielmehr durch seine persönlichen Überzeugungen und Werte geprägt. Eine hypothetische Zuordnung zu Slytherin hätte vielleicht einige Aspekte seines Charakters beeinflusst, aber grundlegende Entscheidungen und Handlungen wären gleich geblieben und seiner inneren Natur treu geblieben. Und das war's schon wieder mit diesem Video. Ich bin echt gespannt, was ihr darüber sagt. Wie hättet ihr Dumbledores Einordnung in Slytherin und seine Auswirkungen auf die Zaubererwelt interpretiert? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.